Hier fliege ich gerade zwei Möbel vorbei und da habe ich jetzt gerade einen Spatz verschockt. Dort oben könnte ein Fall gesehen sein, ich bin mir aber nicht sicher. Denken sie? Nein, eher nicht. Denken sie auch ein Möbel. Das 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 Möbel. Ja, wir haben den 3. Oktober 2021. Ihr könnt übrigens meine Videos auf www.mathematica.ch-natur oder auch www.fokus-strategie.ch-natur ebenfalls anschauen. Das Möbel. Das Möbel. Das Möbel.